Ein Konformitätsaudit ist ein Audit, das in erster Linie zum Ziel hat, Einhaltung und Abweichung von Spielregeln festzustellen. Ich denke, wir müssen bezogen auf Konformität anders auditieren, weil es uns oftmals nicht gelingt, eklatante Regelverstöße wirklich zu entdecken und zum Thema zu machen. Es gibt nämlich eine ganz starke Tendenz und Neigung der Mitarbeiter im Audit, Regelverstöße, die sie natürlich kennen, die sie auch bewusst begehen, zu verstecken und die Situation sehr gut und sehr schön darzustellen und Regelverstöße nicht aufzuzeigen. Das findet aber auch statt von einem Hintergrund, den man verstehen muss. Unsere Organisationen sind hochgradig überformalisiert durch ganz, ganz viele Regelwerke und sie würden im Grunde nicht funktionieren, würden wir alle Spielregeln einhalten. Das heißt, Mitarbeiter müssen gegen einzelne Regeln verstoßen, damit das Unternehmen funktioniert. Aber manchmal werden dabei dann auch gegen die Regeln verstoßen, wo die Verstöße hoch riskant sind und das Unternehmen damit unter ganz großen Risiken steht. Man nennt das informale Ausweichbewegung, dass sowas geschieht, aber dadurch erfolgt auch eine Sozialisation zum Regelbruch. Da müssen wir uns ein Bild drüber machen. Wir können anders machen, dass wir die unterschiedlichen Formate, die uns dabei helfen, Nonkonformität festzustellen, nämlich die interne Revision, die Wirtschaftsprüfung, das Wirken der Compliance Officer und das Wirken der unterschiedlichen Teilsystemen, Verantwortlichen, Qualitätsmanagement, Umweltmanagement und so weiter, dass wir das besser integriert gestalten. Dass die also miteinander überlegen, wie können wir eigentlich Auditprogramme gestalten, wo wir besser gemeinsam agieren, sodass nicht so viele unterschiedliche Gruppen durchs Unternehmen ziehen und Nonkonformitäten feststellen wollen. Und wir können anders machen, dass wir klarere Rollen verwenden. Zum einen interner Revisor zum Beispiel, da ist es viel, viel klarer, dass er die Rolle haben darf, hart investigativ zu arbeiten in der Organisation. Und er beschädigt damit nicht andere Rollen. Ein Qualitätsmanager, der rigoros auditiert, um wirklich die Risiken aufzudecken, der beschädigt sich für die Wahrnehmung anderer Rollen. Und das ist hochproblematisch. Deswegen müssen wir auch gucken, brauchen wir so etwas wie intern Auditoren, die so ähnlich aufgestellt sind wie interne Revisoren? Und kann das nicht sogar in der gleichen Hand liegen? Das müssen wir ernsthaft überlegen. Ich glaube nicht, dass wir das Audit dadurch unbeliebt machen, sondern ich glaube, wir müssen ein anderes Erwartungsmanagement machen. Wir müssen besser klären, dass ein Audit sich nicht zwingend gut anfühlen muss, dass es eine ganz wichtige Bedeutung, einen ganz wichtigen Zweck hat. Ich glaube, unser bisheriger Versuch, das Audit so ein bisschen akzeptierter zu machen, hat eher dazu geführt, dass es weniger wirksam geworden ist und sich trotzdem nicht gut genug anfühlt, dass alle immer glücklich sind im Audit. Ich glaube, wir müssen da einfach professionell akzeptieren, dass die Auditsituation eine Prüfungssituation ist. Rigorosere Konformitätsaudits bedeuten für die Zertifizierer, dass sie anerkannterweise mehr Spielraum dafür bekommen, im Audit wirklich unangenehmer werden zu dürfen. Und die stehen natürlich als Dienstleister in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite wollen sie natürlich ihren Auditkunden nicht verlieren und Mitarbeiter, die sagen, Mensch, das fühlt sich aber sehr unangenehm an, wenn hier nachgefragt wird. Die müssen einfach erkennen, dass das eine ganz wichtige Funktion hat. Und wir müssen vielleicht aufhören, so das Audit am Grad der Beliebtheit sozusagen festzumachen. Und wir müssen aufhören, so das eine sehr, sehr gute Funktion. Vielen Dank.